Mein Vermögensaufbau besteht zu einem großen Anteil aus Sparplänen in weltweiter Aktien-ETFs. Was ich da ganz konkret mache, verlinke ich euch hier nochmal. Zu einem kleinen Teil aber investiere ich auch in riskantere einzelne Aktien. Und genau diese stelle ich euch in dieser Videoreihe Monat für Monat vor. Ich bringe euch jeweils eine Tech- und Wachstumsaktie mit, eine Rohstoffaktie und eine Dividendenaktie. Schnappt euch also einen Kaffee und rein ins Video. Bevor wir mit dem Video loslegen, wie immer der Hinweis an dieser Stelle, dass alles hier keine Anlageberatung ist und auch meine persönliche Recherchearbeit. Für diese könnt ihr mir aber jetzt gerne noch ein Abo dalassen. Und auch die Glocke anmachen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, lege ich euch ebenfalls ans Herz. Und auch diesen Monat kaufe ich neben Aktien und ETFs wieder Anteile aus einer ganz anderen Ecke, nämlich von Sachwerten. Das sind zum Beispiel Assets wie Uhren, Whisky oder Oldtimer. Und diese haben historisch gesehen eine langfristig sehr interessante Rendite abgeliefert, mit einem ganz anderen Risikoprofil als beispielsweise Immobilien oder Aktien. Meine Käufe tätige ich hierbei über die Plattform von Timeless, dem europäischen Marktführer. Diese Plattform findet, kauft, versichert und lagert quasi seltene Gegenstände ein und teilt diese dann in 50 Euro Bruchstücke auf, die ich dann erwerben kann. Vor einigen Monaten hatte ich mit Timeless zusammen in einer Sonderaktion einen Whisky nur für uns hier als Community investierbar gemacht gehabt. Damals wurden ganze 480 Anteile auf 50 Euro verkauft und nun gibt es spannende Neuigkeiten dazu. Timeless nämlich konnte den Whisky nach nur 6 Monaten nach dem Verkauf für rund 21% mehr wieder verkaufen. Eine tolle Rendite in solch kurzer Zeit, vor allem auch wenn wir betrachten, dass Whiskys generell und auch der Bomo an sich von der Marke her aktuell stark korrigiert. Wer sich selbst mal ein Bild von Timeless machen will, den Link mit Neukundenbonus findet ihr wie immer unter dem Video. Unsere erste Aktie aus dem Video kommt aus einer aufstrebenden Branche, nämlich den erneuerbaren Energien. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die nächsten Jahre der Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, immer mehr werden wird. Bis 2050 rum sollen bereits über die Hälfte vom Strommix aus diesen Quellen kommen. Wenn wir nun nochmal weiter reingehen in diesen erneuerbaren Mix, sagen die Prognosen aus, dass Wasserkraft und Geothermie eher stabil bleiben sollen. Besonders aber die Windkraft und noch viel, viel stärker die Solarenergie sollen in Zukunft die Mix dominieren. Diese Energie wird dann vor allem von Ländern wie China, den USA und Indien konsumiert. Wobei hier auch wieder deutlich wird, China ist mit Abstand die Nummer 1, als energiehungrigstes Land der Welt. Und auch im Solarbereich als Gegenstück von Produzentenseite aus ist man bereits die Nummer 1, der stärksten Länder, was das Thema Solarstromproduktion betrifft. Wir können also als Zwischenfazit feststellen, China braucht die meiste Energie auf der Welt. Und China produziert aber auch gleichzeitig die meiste Energie aus Solarstrom und wird in 2050 zur Hälfte von Solarstrom abhängig sein. Die Frage stellt sich also nun, wer könnte denn von diesem Boom und dem Megatrend profitieren? Logischerweise die Hersteller von den Solarmodulen. Die größten Hersteller der Welt sind aktuell nach Absatz, oh Wunder, alle aus China. Das sind Firmen wie Tongwei, Yasolar, Jinko Solar und Konsorten. Hat man vielleicht schon mal gehört. In 2023, aufgelistet nach der Menge an ausgelieferten Modulen in Gigawatt, ist Jinko Solar die Nummer 1 weltweit gewesen. Was hier auffällt ist, dass die Top 5 Firmen extrem beherrschend sind und die kleineren Player nur auf einen Bruchteil vom Marketshare kommen. Die Aktie, die ich heute also mitgebracht habe, ist die von Jinko Solar. Jinko Solar ist quasi für mich eine Möglichkeit, auf den Megatrend erneuerbare Energien und noch spezieller Solar zu setzen. Obwohl Jinko Solar eine chinesische Firma ist, ist man aber weltweit aktiv. In China kommen rund 40% der Umsätze her, der Rest aus Europa und den Emerging Markets und zum Teil noch APEC. Jinko Solar ist aber nicht nur zu Nummer 1 geworden mit günstigen Paneelen, sondern auch aufgrund der technischen Innovation. Jinko bezeichnet sich selbst als the most innovative solar module manufacturer. Denn bei den sogenannten N-Type-Zellen ist Jinko der absolute Marktführer und knackt regelmäßig Rekorde, was das Thema Energieeffizienz und Energiegewinnung betrifft. Diese Solarmodule fertigt man heute, wie oben links gezeigt, in den USA, in Malaysien, in Vietnam und China. Eine chinesische Firma, die in den USA fertigt, ist natürlich geopolitisch ein heißes Eisen und ist stetig unter Beobachtung. So hat die amerikanische Regierung erst vor kurzem bei ausländischen Solarfirmen eine Untersuchung gemacht, ob alle Vorschriften eingehalten werden. Jinko Solar ging hierbei sauber raus. Ganz im Gegenteil aber zu BYD, Canadian Solar und anderen Firmen, die Verstöße zu verschulden hatten. Der aktuelle Produktions-Footprint soll aber noch deutlich ausgebaut werden. So hat man weitere Projekte in der Pipeline, die die Produktionskapazität ausbauen sollen. So möchte man bereits 2024 und 2025 den Output von 2022 mehr als verdoppeln. Schauen wir uns jetzt einmal ein paar Zahlen zur Firma an. Die letzten Quartalszahlen waren ziemlich stark in meinen Augen. Der Umsatz ging 63% nach oben und 43 Millionen US-Dollar konnten eingenommen werden. Net Income konnte mehr als verdoppelt werden. Ebber davon 600 Millionen, mehr als 154% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat Jinko Solar quasi seinen Wachstumspfad der letzten Jahre nochmal fortgesetzt. Und das alles in einem eher mittelmäßig guten Marktumfeld. Das Umsatzwachstum an sich ist zu etwas zurückgekommen, aber mit 50% pro Quartal immer noch super stark. Und obwohl man so stark wachsen konnte, hat man das Thema Profitabilität nicht auf der Strecke gelassen. Und das EBITDA konnte die letzten Jahre über stetig ausgebaut werden. Ende 2023 wurde dann sogar erstmals angekündigt, eine Dividende ausbezahlen zu wollen. Beim aktuellen Kurs kommen wir damit auf knappe 6% Dividendenrendite. Jinko Solar ist also nicht nur eine schnell wachsende Growth-Aktie, sondern zu einem gewissen Teil auch eine Dividendenaktie geworden. Wie für viele China-Aktien üblich, ist von den Bewertungskennzahlen her alles extrem günstig bewertet. Man kommt aktuell gerade einmal auf eine Market Cap von 1,3 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 16 Milliarden. Damit zahlt man weniger als 0,1 Mal den Umsatz für die Aktie und gerade einmal den 2,7-fachen Gewinn. Noch absurder wird das, wenn man betrachtet, dass Jinko Solar aktuell 1,9 Milliarden Dollar Cash auf der hohen Kante hat. Mehr als die gesamte Market Cap. Und top dazu kommen regelmäßige Aktienrückkäufe, die die Firma tätigt. Mein Fazit ist also, China-Aktien generell haben ein erhöhtes Risiko. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Wer dieses Risiko eingeht, erhält hier den weltweiten Nummer 1 Player in einem zukunftsträchtigen Markt, der vom Zahlenwerk super günstig bewertet ist und neuerdings auch mit einer Dividende lockt. Die nächste Aktie ist ebenfalls in einem Megatrend unterwegs, welcher von der Energiewende begleitet wird. Es geht um Elektroautos und das für die Batterien benötigte Lithium. Lithium ist vom Marktpreis her gesehen schon seit mehreren Quartalen stark im Sinkflug. In einem meiner nächsten Videos werde ich hier nochmal genauer ein Marktupdate geben. Heute bringe ich euch aber eine super starke Lithiumfirma mit, und zwar die von Arcadium Lithium. Den Namen werden wohl die wenigsten schon mal gehört haben. Und auch die Aktie ist erst seit Anfang 2024 an der Börse handelbar. Es handelt sich hierbei aber um keine neue Klitsche, sondern um eine der größten Firmen der Welt. Arcadium ist nämlich der neue Konzern, der aus der Megafusion von Alchem und Livent entstanden ist. Die beiden Firmen haben sich zusammengetan, um den drittgrößten Lithium-Produzenten zu kreieren, der über die gesamte Wertschöpfungskette vertreten ist und weltweit an den verschiedensten Projekten beteiligt ist. Arcadium Lithium ist im Lithium-Bereich eine Art Blutschip-Aktie, die sehr defensiv und eher breit aufgestellt ist, aber trotzdem noch einiges an Wachstumspotenzialen in der Pipeline hat. Alleine bis 2027 soll die Produktions-Outputmenge pro Jahr nochmal um ein Vielfaches im Vergleich zu 2020 und auch 2023 ansteigen. Nun könnte man sagen, Finanzbär bist du verrückt, die Preise sind im Keller und die Marktstimmung ist extrem schlecht. Warum investierst du weiterhin in Lithium-Aktien? Das hat zwei Gründe. Erstens, ich investiere extrem langfristig und die Investment-These hier ist nach wie vor intakt für mich. Die Verkaufszahlen von Elektroautos im Dezember haben erneut ein neues Allzeit hochgemacht. Die Welt wird Elektro und immer weiter im Automobilbereich werden mehr elektronische Autos hergestellt. Und das wird langfristig meiner Meinung nach die Nachfrage nach Lithium anziehen lassen. Und zweitens müssen wir aktuell unterscheiden, was aktuell überhaupt los ist auf dem Markt. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation auf die Aktien aus? Wir unterscheiden bei Lithium-Produzenten grob in Explorer, Developer und Producer. Die Explorer suchen und bohren nach Lithium. Die Developer haben schon ein Vorkommen entdeckt und suchen jetzt Kapital und bauen eine Mine damit. Die Produzenten fördern bereits und verkaufen und machen Umsätze. Die Explorer an sich sind bei einem niedrigen Lithium-Preis und Marktstimmung negativ beeinflusst. Das ist ganz klar. Der Preis hat zwar nicht direkt eine Auswirkung auf die Firmen, weil diese ja noch gar nichts fördern und einfach nur rumbohren, aber man tut sich eventuell schwerer, neues Kapital aufzunehmen, da die Aktienkurse sinken. Der Developer ist derjenige, der aktuell am stärksten leidet. Vor allem diejenigen, die noch Kapital aufnehmen müssen. Wer finanziert in dem aktuellen schlechten Marktumfeld eine Lithium-Mine mit mehreren hundert Millionen an Carpex? Das wird einfach schwer werden. Bei den Produzenten aber ist es ein gemischtes Bild. Man kann zwar weniger Verkaufspreise erzielen, aber wenn man weiterhin günstiger produzieren kann, als man verkaufen kann, macht man weiterhin Gewinn. Und die Situation ist weniger dramatisch. Ganz anders als die Aktienkurse es zeigen, wo wir teilweise 30, 40 bis 80 Prozent ins Minus gehen. Es kann ja sogar positiv sein, wenn man als Produzent einen Cashflow erwirtschaftet und jetzt günstiger an abgeschmierte Developer oder Explorer kommt. Zur Übernahme. Orcadium ist als Lithium-Producer also nun im Aktienkurs gefallen. Die Frage, die ich mir nun stelle ist, kann man bei den aktuellen Preisen überleben und die Situation einfach aussitzen? Und könnte es somit möglicherweise eine gute Einstiegsphase für mich sein, wenn ich auf 10, 20 oder 30 Jahre investiere und dann die Story glaube? Von der neu fusionierten Firma gibt es leider noch keine Quartalszahlen. Aber wir können uns von den beiden Firmen vor der Fusion mal die letzten Quartalszahlen ansehen. Starten wir mit Alchem. Vor ein paar Monaten kann man hier die Q3 zahlen. 327 Millionen Dollar Umsatz bei Gross Operating Cash Marge von 72 Prozent und 237 Millionen Erlösen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Man konnte für 25.981 Dollar verkaufen, hat aber lediglich Produktionskosten von 6.088 Dollar pro Tonne. Den macht 19.893 Dollar pro Tonne, also 77 Prozent Marge. Das ist nach wie vor eine enorme Cash Cow. Schauen wir auf das zweite große Projekt von Alchem. 2.625 Dollar Verkaufspreis bei 636 Dollar Produktionskosten. Immer noch stark profitabel. Schauen wir Levent an, als die zweite Firma, die in die Fusion eingegangen ist. Wir sehen hier 211 Millionen Umsatz bei Net Income von knapp der Hälfte. Also auch hier, die stark gefallenen Lithiumpreise schmälern zwar den Gewinn, aber nach wie vor haben wir einen Gewinn. Der stark gefallene Aktienkurs ist für mich also eine Chance, um hier einzusteigen. Market Cap knappe 5 Milliarden Dollar bei 2,1 Milliarden Umsatz. Zweimal den Umsatz für eine der größten Lithiumfirmen der Welt, für mich eine gute Bewertung. Ich investiere und schaue, was in 15, 20 oder auch noch mehr Jahren daraus geworden ist. Wir werden sehen, wo die Elektroauto-Bewegung bis dahin ist. Aber klar ist, nicht zu schwachen Nerven. Die nächste Aktie ist eine Dividendenaktie. Es handelt sich um die Immobilienfirma Essential Properties. Essential an sich fokussiert sich auf den Erwerb und die Vermietung von Immobilien, vor allem für die Service-Dienstleister. Also keine Bereiche, die Produkte verkaufen, die dann durch E-Commerce bedroht werden in Zukunft. Solche Dienstleistungsunternehmen sind zum Beispiel Kinos, Autowerkstätten, Restaurants oder Zahnarzt. Wie man hier rechts sieht, ist das Portfolio breit aufgestellt und diversifiziert. Die Top 10 der Mieter machen in Summe nur 17,8% der Mieterinnahmen aus. Also auch von den Mieterinnahmen her ist man breit aufgestellt und nicht abhängig von einem einzelnen Mieter. Der größte Bereich aus dem Umsatz sind tatsächlich Autowaschanlagen. Hier hat man ganze 174 Immobilien. Wir haben aber nicht nur eine breite Aufstellung von Branchen und Mietern, sondern auch bei der Geografie. Man ist das fokussiert auf die Ostküste an den USA, aber ein guter Mix über die Bundesstaaten vor Ort herrscht dennoch. Bei den Mieterinnahmen hat man bei fast allen Verträgen einen Automatismus eingebaut. Das heißt pro Jahr gehen die Mieten im Schnitt um 1,6% nach oben, ohne dass es einer Nachverhandlung bedarf. Das sorgt für planbare, stetig steigende Einnahmen. Bei den aktuell gestiegenen Zinsen ist es natürlich auch immer wichtig, wie viel Fremdkapital eine Firma hat, wie solide sie finanziert ist. Bei Essential ist der aktuelle Zinssatz 3,6%, zu 100% gesichert über die gesamte Kreditlaufzeit. Bis 2027 fällt davon erstmal kein Kredit an. Danach etwa 400 Millionen pro Jahr, was man aber leicht finanzieren könnte meiner Meinung nach. Die letzten Jahre über hat man außerdem daran gearbeitet, den Verschuldungsgrad stetig abzubauen. So beträgt das Verhältnis von Nettoschulden zum jährlichen EBITDA nur noch 3,7%. Die Firma an sich ist in einem ähnlichen Segment unterwegs, wie die beliebte Aktie Realty Income oder auch NNN National Retail Properties. Im Vergleich zu anderen Immobilienaktien hat Essential, wie links gezeigt, einen höheren Anteil an diesen serviceorientierten Kunden, die weniger vom Onlinehandel bedroht werden. Und wie rechts gezeigt ist die Abhängigkeit von den Top 10 Mietern mit 18% vom Umsatz am geringsten von der Peer Group. Und auch laufen bei Essential die Mietverträge im Schnitt noch knapp 14 Jahre, was viel länger ist als bei den anderen. Und nur 3% der Verträge laufen bis 2026 aus. Bei Realty Income zum Beispiel sind es hier schon 14%. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen Firmen ein Problem haben. Fakt ist aber, dass die Geschäftsentwicklung einfach sehr solide und planbar ist bei Essential. Und trotz des eher defensiveren Fokus auf die Servicegeschäfte und die solide Vertragsgestaltung, konnte man die letzten Jahre und auch in 2023 wieder ein starkes Adjusted Funds from Operations Wachstum hinlegen. Deutlich mehr als VP Carry, Realty Income und Konsorten. Das liegt doch einfach daran, dass man noch eine viel kleinere Firma ist. Den Verschuldungsgrad hatten wir uns ja vorhin schon angesehen. Aber hier auch nochmal im Vergleich, man muss sich hinter der Peer Group nicht verstecken, auch wenn man eine eher unbekanntere Firma aus zweiter Reihe ist. Schauen wir uns jetzt mal die Dividende an. Beim aktuellen Kurs kommen wir auf eine Dividendenrendite von 4,5%. Die Dividende pro Aktie kann hierbei Quartal für Quartal gesteigert werden. Zuletzt erst wieder im Dezember um einige Prozent. Wir haben bei Essential Properties eine starke Bilanz, eine gute Finanzierungsstruktur, eine günstige Bewertung mit einem 15er Price-to-FFO-Ratio und gute Wachstumsraten. In Summe eine interessante Dividendenaktie auf zweiter Reihe mit Fokus auf Service-Immobilien. Und das waren sie jetzt also auch schon. Meine drei Titel für diesen Monat. Wie schaut es denn bei euch aus? Welche Titel habt ihr aktuell auf dem Schirm? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär. Ich bin jetzt schon mal in die Kommentare.